Hi Windelträger! Ich habe dieses Paket mit einigen Windeln gekauft. Da ich schon länger kein Video zum Auspacken meiner Bestellung mehr gemacht habe, zeige ich euch heute welche Windeln ich Anfang August bestellt habe und ihr bekommt damit eine Vorschau, auf welche Praxistests ihr euch in den nächsten Wochen freuen könnt. Ein Teil sind Windeln, die mir gefallen haben für den Vorrat. Schauen wir mal zusammen rein. Die erste Packung links werden viele von euch bereits vom letzten Praxistest kennen. Es ist die Tückables Puppers. Eigentlich Version 2, da es die Windel in einem anderen Design mit geringerer Saugleistung schon mal gab. Offiziell unterscheidet Tückables leider nicht zwischen beiden, daher habe ich V2 in Klammern zur Unterscheidung dazu geschrieben. Eine davon trage ich gerade beim Schnitt des Videos und der Aufnahme dieses Textes. Die Windel sieht nicht nur süß aus, sondern ist ziemlich dick und ziemlich saugstark. Sie wird locker bis morgen Mittag halten, bevor ich wechseln muss. Die Packung direkt daneben fällt durch ihr markantes Rot auf. Wer meine anderen Videos gesehen hat, wird sie bestimmt längst wiedererkannt haben. Es ist Steel Soaker von Kiddo, oft auch liebevoll, Feuerwehrwindel genannt. Das ist ihr Motiv und nicht nur die Windel ist damit bedruckt. Die gesamte Packung wurde im Stil eines Feuerwehrautos gemacht, mit Liebe fürs Detail wie beispielsweise den Reifen oder dem Kennzeichen. Das Kennzeichen ist zudem eine leicht versteckte Anspielung. Wer sie verstanden hat, kann in die Kommentare schreiben, was es bedeutet. Ganz rechts wird es schlichter mit weißen Windeln in einer klassischen durchsichtigen Verpackung. Die Camelots sind wieder von Tückables und entgegen dem ersten Eindruck auch bunt bedruckt. Allerdings nicht über die gesamte Windel, sondern vorne auf der Klebefläche. Das hat etwas und ist interessant, wenn man sie verstecken möchte oder schlichtere, weniger bunte Aufdrucke bevorzugt. Zu ihr folgt bald ein Praxistest. Wir sind noch nicht fertig, es gibt eine zweite Etage im Paket. Rechts hinten liegt eine Windel, die ich bereits als günstige, aber dennoch rechts saugstarke und ausreichend dicke Folienwindel mit gutem Ergebnis im Praxistest hatte. Es ist die Safari von Reaz. Sie ist über die gesamte Fläche bedruckt und füllt meinen Vorrat an alltäglichen Windeln nach. Ich habe die Safari bereits im Alltag bei Konzerten und im Zug getragen. Dort hat sie sich als solide Wahl bewiesen. Unterwegs mache ich keine Praxistests oder andere Experimente, weil ich das schlecht messen kann. Dazu möchte man natürlich dort keineswegs auslaufen, wo man im schlechtesten Falle gerade nichts zum Wechseln hat. Links unten versteckt sich wiederum eine neue Windel, zu der es bisher nur eine kleine Vorschau und die Vorstellung in Windelnews Folge 23 gibt. Es ist die Dragoons von LNGU. Vor einigen Monaten hat das französische Unternehmen überraschend eine neue Windel auf den Markt gebracht, nachdem sich ihr Sortiment lange Zeit auf die Candy Fluff beschränkte. Die Candy Fluff war bereits im Praxistest und kann sich sehen lassen. Ich bin daher gespannt, wie gut die deutlich teurere Dragoons abschneidet. Vermutlich möchte LNGU damit in den Bereich der besonders dicken Windeln mit hoher Saugleistung einsteigen. Wenn ihr euch mit mir oder anderen über die Windeln unterhalten möchtet, kommt gerne in meine Chatgruppen. Die Links findet ihr in der Beschreibung und im ersten Kommentar angepinnt. Sonst schreibt mir gerne in die Kommentare, auf welche Windel ihr euch am meisten freut. Ich hoffe, euch hat das Auspacken als Abwechslung zu den anderen Formaten, die ich sonst mache, gefallen. Bald geht es wieder weiter mit Praxistests und ich habe noch ein Video zum CSD in Stuttgart geplant, bei dem ich vor allem auf ABDL und Publi eingehen möchte. Bleibt trocken, startet gut in die Woche, bis zum nächsten Video.